Hallo, ich bin Jula, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Göttingen und ich war jetzt für fünf Monate in Spanien, aber mir bleibt noch einen Monat mehr, also ich bin insgesamt sechs Monate hier. In meiner Gastfamilie war es von Anfang an mega familiär, also ich brauchte gar nicht viel Zeit, um mich irgendwie einzuleben oder so, also ich war direkt wie ein Teil von der Familie. Ich habe zwei Gastschwestern, beide ungefähr mein Alter und mit denen ist es halt, als wären es meine richtigen Schwestern oder als würde ich mit meinen besten Freundinnen zusammenleben, also es ist echt mega gut. In der Schule ist es eigentlich mega einfach, weil ich brauche keine Noten hier und deswegen war das von Anfang an eigentlich relativ entspannt und die Lehrer sind auch mega nett alle gewesen und als man neu gekommen ist, waren natürlich alle auch mega neugierig. Man kommt woanders her und ja, die wollten dann immer alle ganz viel wissen. Ich habe hier tanzen gemacht, ich hatte dreimal die Woche tanzen, zweimal davon war Hip-Hop und einmal davon war Contemporary. Das hat auch mega Spaß gemacht und dadurch hat man halt auch nochmal Leute kennengelernt. Und generell mit Freunden finden hatte ich halt durch meine Gastschwester auch relativ einfach, weil sie halt mein Alter hat und deswegen bin ich auch mit ihren Freunden dann direkt mitgegangen. Und auch dadurch, dass wir mit den Austauschschülern untereinander Treffen gemacht haben, sind da auch mega gute Freundschaften entstanden. Und dadurch möchte ich jetzt auch nochmal Petra danken, dafür, dass sie uns immer geholfen hat und sie ist wirklich immer ansprechbar und dadurch, dass sie auch vor Ort ist, macht es einem vereinfachtes sehr viel und auch mit den anderen Austauschschülern, man kann sich halt untereinander austauschen und es war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens hierher zu gehen, weil man wurde sozusagen da, wo andere Urlaub machen. Man hat hier Sonnisch dran, Freunde und man lernt die Sprache sehr gut. Ich werde jetzt auch nächsten Monat das B2 in Spanisch machen und ich kann es wirklich jedem empfehlen und es war die beste Entscheidung.